Heute seht ihr die loslichsten Momente in Minecraft. Guckt auf jeden Fall bis zum Ende und los geht's! Yo Kasper, was geht? Guckt dir das an? Oh, Lucky Blöcke! Oh nein! Was ist das denn? Da hast du ein bisschen Pech gehabt, ne? Mal gucken, was gehe ich jetzt hier beim rein? Was ist denn hier rübergehauen? Hä? Ich bin so ein Eisblock hier! Bei mir war grad richtig reingezoomt eben. Ja, bei mir war auch grad richtig reingezoomt. Ey, warum ist hier so ein Eisblock hier einfach bei mir gespawnt? Was kriegst du jetzt hier? Oh, oh! Das ist so frech! Das ist so krass! Ey, Bros, kriege ich für blöde Effekte von dir hier die ganze Zeit! Ja, ja, ich bin auch grad... Hey, du hast grad das krasseste Schwert gefühlt, du hast schon Dreck bekommen, oder was? Was ist das für ein Schwert? Ja, und ich sag dir, am Ende machen wir wieder auch ein krasses PvP. Das Schwert ist krass verzaubert, aber trotzdem nur 7 Angriffsschaden. Das hast du bekommen! Das hast du bekommen! Wuhu! Wuhu! Den Lucky Bow habe ich! Den Lucky Bow! Wow, okay! Digga, ich bin immer noch verzaubert! Du auch? Ich bin auch! Verdammt! Ja, jetzt! Gott sei Dank! Ey, ich sag dir, der Bogen... Alter, der holt ja One-Hit! Ja, der hat Kraft 5! Ey! Mann! Egal, jetzt hab ich wieder volles Leben, alles entspannt! Machen wir jetzt hier auf jeden Fall bei unten den nächsten Lucky Block auf! Und geöffnet! Alter! Hä? Ey! Ja! Was? Was? Tja, das hast du verdient, mein Freund! Wo kamen denn jetzt grad die Pfeile her? Was sollte das denn sein? Ja, von oben! Die hab ich zu dir rüber geschickt! Ah! Aber jetzt kann ich die einsammeln, ne? Jetzt hab ich noch mehr Pfeile! Oh! Jetzt hab ich schon 30 ver... Was? Hey! Was ist? Was ist? Hau ab mit deinen Pfeilungen! Mann! Oh mein Gott! Weiter geht's jetzt hier zum nächsten Lucky Block. Du hast deinen schon aufgemacht, ne? Ich einfach mach ich noch nicht. Mach den auch mal auf! Und das bekommst du... Ich kriege... Oh! Okay, einfach nur... Ne, das wieder... Das wieder dieses... Ja, das stimmt. Wir sind Böcke wieder verschwunden. Okay. Kein Problem. Jetzt machen wir den nächsten hier oben auch. Und was ist? Hä? Jau! Hä? Ey! Hau mal ab, Kollege! Was soll das denn sein? So, ich bin jetzt hier... Warte mal. Jetzt kann ich wenigstens Fein auch machen. Ja, die Sachen sind echt cool, muss ich sagen. So, jetzt aber hier. Ich hoffe, du hast gleich keine Eier mehr. Hab ich nicht. Die hast du ja sowieso schon nicht. Ah! Okay! Oh! Okay! Was ist das denn? Ein Schärfe 4 Eisenschwert. Schärfe 4 wie 4 Angriffsschaden? Wie warst du? Oh! Oh! Ich hab 7 Angriffsschaden. Jetzt hab ich ein neues Schwerf bekommen. Ich hab 11. Mit 60 Angriffsschaden! Ja, genau. Ah, ne. Hätte ja sagen können, dass du mir das direkt glaubst. Ha! Hier. Die Goldfische. Guck mal, weil du auch so ein Fisch bist. Du bist selber ein Kugelfisch. Tja, viel Spaß jetzt an der Wand vorbei. Ja gut, okay. Hä? Hä? Ich hab noch ein... Leute, ich hab noch ein Schwert mit so einem krassen Effekt. Was ist denn Flucht des Verschwindens? Was ist das denn? Äh. Warte mal, keine Ahnung. Vielleicht ist es ein bisschen unsichtbar oder sowas. Kann sein, ne? Muss ich gleich mal ausprobieren, weil das wär auf jeden Fall echt krass. Nicht bei mir ausprobieren! Ey! Ja! Also ich weiß auf jeden Fall nicht, was Flucht des Verschwindens ist. Aber ich werde auf jeden Fall mal beide ausrüsten. Schreib mal in die Kommentare, Leute. Okay, komm. Ja, auf jeden Fall. So, nächsten Lucky Block jetzt hier. Mal gucken, mit was Gutes jetzt so nicht rüsten. Ja, ne Kuuu. Aber die ist jetzt nicht verschwunden beim Hauen. Oh nein! Bei mir ist nichts passiert. Hä? Die hat Milch gedroppt. Für mich. Milcheimer? Ja, die hat einfach Milch gedroppt. Oh, guck mal. Zwei Stück sogar. Mach auf da vorne. Komm schon. Ja. Oh! Ey, gut, dass ich nicht drauf stand. Okay, mach du jetzt. Mach du dann auf. Ich wünsche, was kriegst du jetzt? Und... Wow! Was? Wow, ihr spawnen Blöcke. Ja, ja. Du hast recht. Krass. Ey! Hör mal auf, hier zu klauen! Geh weg! Ey! Ich klau gar nicht. Hier wird nicht geklaut. Hör auf damit! Ich klau auch nicht. Hier wird nicht geklaut. Alles gut. Kein Problem. So, ich bin gespannt, was kriege ich jetzt hier. Und aufmachen. Oh nein! Ja! Ja! Nein! Oh Gott, ich bin... Was hast du bekommen? Ich bin in so einem Kaktusfeld grad drin. Wie viel Angriffsschaden hat denn dein Steinschwert überhaupt? Oh! Ich hab jetzt ein Goldschwert bekommen. Oh, das ist... Was ist denn Peinigung? Ja, keine Ahnung, was dieses Peinigung ist. Aber jetzt mal gucken. Was hast du da? Oh! Weg mit meinem Goldschwert. Oh! Oh mein Gott! Wow! Alter, wie weit droppt dein Schwert? Ich weiß, das haut sich mega. Guck mal, wie weit die... Oh mein Gott! Ey, jetzt hast du... Ja! Was? Rüstung und Bogen! Ey, das ist okay. Das ist auf jeden Fall nicht schlecht jetzt gerade. Mal gucken, was kriege ich jetzt hier. Wow! Was hast du bekommen? Vier Lucky Blöcke. Aha! Ja! Und dann kriegst du die Vögel! Ey, guck mal! Die Vögel sind voll am abdänzen, die Papagei. Ich hab auch ein Lucky Bow bekommen! Au! Und dann kommen die Pfeile raus. Du hast ein Lucky Bow auch noch bekommen? Ja, hab ich auch noch mit richtig viel Pfeilen. Nein, TNT! Nein! Ja! Wow! Aua! Was ist denn da für eine Insel geworden? Ich wurde... Ich wurde zurückgeschossen. Ey, geht auf jeden Fall jetzt echt gut die Mucke ab, aber ich weiß es gerade nicht, was mir das eine Ding ist hier gebracht hat. Ja, Mann! Und... Oh nein! Ja, aber! Ja, aber! Oder sowas! Oh mein Gott! Ich kann mal das rausbauen! Höh? Ich hab ne neue Spitzhacke! Haltbarkeit 3, Effizienz 5, Fluch des Verschwindens! Hä? Bist du jetzt stolz drauf oder was? Ey, aber guck mal! Effizienz 4... Ne, bringt ihr mir anscheinend... Hä? Noch ne Spitzhacke! Glück 3 habe ich! Oha! Effizienz 4! Was kriegst du jetzt hier? Oh Mann! Von Glück 3! Vielleicht hab ich dann... Ey! Hä? Du bist unsichtbar! Und ich auch! Du bist auch unsichtbar? Ähm... Ich glaube das ist krass, sonst würdest du mich doch... Sehen! So... Mach deinen auf! Was hast du da drin? Und... Yo! Bienen! Ein Baum mit Bienen! Also du könntest hier theoretisch was craften! Aber... Brauchst du jetzt das Gefühl grad gar nicht mehr, ne? Ne, ne, ne... Hä? Ey! Ein Schwert? Ein Stein, ein Schwert! Wie schlecht! Ich geh alles doppelt und dreifach! Ah! Alter, weil ich Fehlerfall hatte, bin ich noch... Fall ich jetzt noch langsam! Ja, ja! Was gehst du hier noch? Und... Ja! Oh Gott! Schnell raus hier! Und den aufpassen! Besser ist das jetzt hier, ne? Ey, ich kann schwimmen, das hattest du auch bekommen! Ey! Das hab ich auch bekommen, aber das Schwein ist neu! Hä? Wow! Das ist einfach so ein Bosnstein oder sowas! Was? Das ist einfach runtergefallen jetzt! So! Ey, ich brauche auf jeden Fall Rüstung! Wenn ich keine Rüstung bekomme... Den ist der Kampf für mich... Nochmal ein Bogen! Verloren! Wieder Lucky Bow! Ey, vielleicht kann ich sie zusammen craften! Uh, das wär krass! Stimmt, das wär krass, wenn das geht! So, jetzt kommt schon hier vielleicht... Wow! Ja gut, aber es ist halt... Oh mein Gott! Okay! Okay! Eisen! Okay, ist nicht schlecht, ja? Aber Schutz 4 ist drauf, ne? Hier, guck mal, brauchst du das hier, den Eisenhelm? Brauchst du den? Äh, ja! Nicht schlecht! Hier, bitteschön! Nein! Jein! Aber egal, ich hab nen Goldhelm! Danke! Ah, okay! Auch nicht schlecht! Oh ja, guck mal, wie schnell ich jetzt abbau! Willst du mal sehen? Ey, ich krieg noch ein Schwert! Und nochmal ein Steinscherd! Guck mal, wie schnell ich abbau! Guck mal! Ich hab schon 5 Schwerte... Alter, du wirst was ich hab! Aber ich kann auch schnell abbauen! Ja! Guck mal hier! Ne, ich hab Effizienz-Spitzhacke! Das Problem ist... Besten, ganz wichtig! Ja, was kommt? Ich hab, äh... Alle Sachen schon doppelt und dreifach jetzt irgendwie bekommen! Drei... Oh Gott! Ah! 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 Okay! Alle geholt hier! Alle geholt! Ey, du haust hier auf meine Seite! Ja! Ey! Pingpong mit den Schleimblöcken oder was? Ja, ja! So, was krieg ich jetzt hier? Oh! Das hab ich auch! Das hab ich auch! Diahelm! Ja, aber... Der Rest ist eigentlich nicht so... Okay, warte mal! Hier ist doch Schutz... Vier drauf! Das Ding ist, ich kann mich noch nicht entscheiden, welche Rüstungen denn so ich nehmen soll! Hä? Oh! Du hast irgendeinen Effekt bekommen! Irgendeinen Effekt bekommen! Ich bin reingezoomt gerade! Okay, jetzt gehst du! TNT! Das haben wir noch nie gehabt, ne? Loll! Nochmal drei Goldäpfel! Oh! Ey! Geh mal davon ein paar! Bro! Wie soll ich ohne Goldäpfel gewinnen? Ich brauch auch welche! Ja! Das ist dann... Das ist nicht mein Problem auf jeden Fall! Mann! Ich brauch auch Goldäpfel! Sonst ist das Ding verloren für mich! Ich komm schon jetzt hier! Hä? Einfach gar nix! Einfach gar nix drin! Hatte ich auch schon! Hatte ich auch schon! Wie frech! Oh! Wichtig! Wenn jetzt nichts blödes kommt! Oh! Was? Okay, warte mal! Das ist jetzt nicht... Ey! Hallo! Hallo! Was denn? Was denn los? Ich wollte nur das Wasser da aufmachen, bitte! Nix machen hier! So! Oh! Oh! Nein! Ah! Ey! Das ist wieder so... Hier! Kriegst das Ganze haben! Ja gut! Aber auch nicht! Was will ich denn? So! Abstand jetzt hier! Abstand, Kollege! Ich muss einfach... Das Ding ist, das sind halt... Hä? Gefängnis! Du bist im Gefängnis! Leid da drin! Warte! Hat er jetzt die Anna Luckyville kaputt gemacht? Ja! Das war's! Nein! Ja! Das war's! Okay! Ich mach meinen nächsten auf! Als ob! Der hat die... Ja! Bro! Der hat die alle kaputt gemacht! Das ist... Sogar mein einen da! Ja! Hast du verschenkt! Das hast du wortwörtlich verschenkt! Hä? Sogar mein... Ne doch nicht! Der ist hier noch da! Hä? Das war ja richtig doof jetzt! Ja! Ich weiß! Das ist immer ein Gebäude! Ey! Ich krieg nur Schwerter! Bro! Du kriegst nur Schwerter! Das ist gut! Nein! Das sind immer nur Steinschwerter! Warum soll ein Steinschwerter gut sein? Okay! Ich brauch... Ich brauch was besseres! Ey! Gar nichts! Oh mein Gott! Was ist das denn? Oh mein Gott! Dia-Rüstung! Hau ab! Ey! Bitte gönn mir die Dia-Rüstung! Ey! Der geht nicht drauf! Ja! Alter! Ja! Eine Brustplatte! Du hast doch schon eine Dia-Brustplatte! Wieso hast du die nicht angezogen? Ne! Hab ich nicht! Ich hab keine Dia-Brustplatte! Du hast gar keine! Aber ich weiß nicht was besser ist! Eine normale Dia oder Schutz 4 Eisen? Ich glaub... Nee! Normale Dia ist besser! Meinst du? Okay! Weiter geht! Ich komm wieder nach oben! Und... Aua! So! Jetzt komm schon! Jetzt muss ich ein bisschen Glück haben jetzt hier! Bisschen Glück noch! Ey! Alter! Was? Was ist los? Was ist denn da? Ja! Die greifen wir nicht an! Du bist auf jeden Fall ein bisschen besser! Du hast halt Sachen verzaubert und du hast noch was besser... Ich muss noch... Naja! Du hast Goldengel so! Ich hab nicht einen... Wow! Alter! Die Tiere bringen jetzt nicht wirklich viel jetzt hier gerade! Ich bin bereit für 5VP hier hinten in der Arbeit! Äh... Komm! Trau dich! Oh! Kommst du mir wenn du dich traust! Yo! Schutz 3 Diabosplatte! Das war natürlich jetzt gerade sehr... Das war jetzt stark! Oh hier ist doch Schutz 4! Ey hau ab! Hallo! Nicht auf meine Seite! Was hab ich jetzt? Ich kann auf meine Hose! Na komm! Trau dich doch jetzt! Fluch der Bindung! Fluch der Bindung! Bedeutet das, dass ich das nicht abnehmen kann? Ja! Ey! Das ist unfair! Was soll das? Ich hab aus Spaß geschossen! Ja! Bro! Du ist doch jetzt eh ein Goldapfel! Okay! Ja hab ich denn sofort volles Leben oder was? So! Okay! Bist du bereit oder was? Ja! Ich bin bereit! Und los! Yeah! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Bro! Ich sterb schon an den Flammen! Warte! Ja! Oh Gott! Nein! Ja! Der war wichtig! Du bist jetzt schon drauf gegangen? Digga! Ich hatte nichts gegen Feuerschutz, Bro! Was soll ich machen? Ja was? Was soll ich machen, Alter? Guck mal! Jetzt bin ich in der Loser-Abteilung! Du bist echt in der Loser-Abteilung! Hier oben! Mann! Ich hab verloren! Ja! Was geht? Ey! Heute müssen wir ganz, ganz viele Knöpfe kriegen! Alter! Ich seh ihn hier oben! Hier oben! Hier oben! Guck mal hier! Das ist doch kein Knopf, Bro! Das sieht aber aus wie ein Knopf, oder nicht? Das ist eine Lampe! Ja mein Gott! Guck mal! Das ist ein Schaf! Warte mal! Guck mal nach! Willst du das Schaf nicht grüßen? Hallo Mr. Schaf! Ich will da rüber gehen aus der Kiste! Locker ist der Knopf in der Kiste drinne! Das wäre auf jeden Fall... Das wäre lustig, wenn es so wäre, ne? Das wäre echt lustig! Das war so klar! Ey, das war so klar, Bro! Ja was? Ja was ist? Ich kann nicht respawnen! Danke dir auf jeden Fall! Spaß! Okay, das haben wir... Was ist in der Kiste drin? Oh mein Gott! Okay! Was ist da drin? Gar nichts! Samen! Oh mein Gott! Das ist ja so ein Müll! Da kam doch rüber gesprungen! Du ist scharf! Ey! Hör auf damit! Das verlierst du! Das verlierst du! Okay! Also das Ding ist, du wirst jetzt hier anscheinend oben, ob wir in der Insel einen Knopf finden und dann gehen wir direkt zur nächsten Insel rüber! Oh! Hier! Hier ist der Knopf! Ah! Alter! Das ist ja übelst offensichtlich! Ja! Wow! Wow! Jetzt geht's weiter hier zu der nächsten Insel! Okay! Okay komm! Wir bauen uns rüber! Okay! Ich muss kurz ein bisschen schnappen hier! Ein bisschen Erde schnappen! So! Ich geh nochmal kurz rüber! Komm schon! Bist du schon rüber? Nee! Reicht! Reicht! Gerade so! Alter! Okay! Die ist auf jeden Fall schon... Yo! Die hat so eine Höhle! Oh mein Gott! Mit Kisten! Was ist da drin? Ein Goldapfel! Ich hab auch einen Goldapfel! Und Goldbarren! Und auch zwei Bücher! Feuerschutz und Rückstoß! Okay! Okay! Das Ding ist, das sind natürlich hier... Äh... Hier ein bisschen größer die Insel... Äh... Wie könnte der denn jetzt sein, der Knopf? Äh... Der könnte jetzt halt überall sein, ne? Der könnte auch... Warte mal, hier ist noch ne... Hä? Hä? Hier ist... Was hast du da? Lol, hier ist noch ein Dingens! Was? Hier ist noch so ne Höhle! Noch mal so ne Höhle? Ah! Ja, ja! Und noch ein Goldapfel! Okay! Warte mal! Eben war der in so ein Baum dran! Eben war an so ein Baum! Okay! Ist der immer so ein Baum oder was? Nein, glaub ich nicht! Oh, warte mal! Hier ist... Du kannst auch noch um die Ecken gucken und so, ne? Also ich würd sagen, der müsste bei den Steinen irgendwo... Das ist locker bei den Steinen irgendwo, ja! Ich hab schon ein paar geguckt jetzt gerade, ein paar Steine angeguckt, aber ich glaube... Hier... Seh ich vorne irgendwo... Bei der Höhle vielleicht? Bei der einen anderen? Ja, das kann auch sein, ja! Hä? Als wenn das jetzt so schwer ist! Eben war voll leicht eigentlich und jetzt ist auch immer voll schwer! Eben war extrem einfach! Aber siehst du, da wäre jetzt grad kein Knopf am Start! Was soll denn denn sein? Sag mal! Warte mal! Locker muss man hier die Steine abbauen oder nicht? Das sind doch so Gräber! Das sind Gräber! Wie, das sind Gräber? Ja, hier diese Steinhaufen! Ich glaub das sind Gräber! Locker müssen wir die abbauen! Hä? Nein! Wir haben gar keine Spitzhacken und so! Ja, können wir uns ja craften! Können wir uns ja craften! Wir können ja alles machen hier! Oder? Ich guck jetzt mal grad hier... Oder? Weißt du, das ist so schwer schon direkt? Ich weiß es nicht! Nein! Ich glaub nicht, dass die Knöpfe in den Dingern drin sind! Du machst jetzt ehrlich eine Spitzhacke! Ja, ich guck hier rein jetzt in die Gräber! Ich glaub, dass das da drin sein könnte! Du bist sicher, dass du jeden Baum abgetrackt hast, oder? Ich hab... Ja, ich hab... Nee, ich hab nicht jeden abgetrackt! Ich hab irgendwie einen, glaub ich, ausgelassen! Einen oder zwei ausgelassen! Ich glaub ich weiß, welchen ausgelassen hast! Komm mal her! Hier ist nämlich ein Knopf! Nein! Als wenn du ihn hast! Ja! Komm mal her! Sag mal! Als wenn... Du hast ne Insel und die sieht da richtig crazy aus, Alter! Was soll ich hier? Also wir haben hier eine riesige Höhle! Wie tief ist die? Wie tief ist die? Wie krass sieht die bitte aus? Alter! Ähm... Okay, aber ist hier der Knopf jetzt? Glaubst du hier grad der Knopf jetzt? Ich könnte mir vorstellen, dass der Knopf tatsächlich hier in der Höhle irgendwo dran ist! Und das ist locker ein Steinknopf diesmal! Also wenn er nicht hier unten ist, haben wir auf jeden Fall schon mal... Ja... Gut ab! Ich guck auch grad alles hier an! Ich guck mal oben nach! Also ich glaube, die Insel ist ja nicht ganz so groß! Das heißt eigentlich... Ne, so groß ist das nicht, ne? Pass auf! Ich guck mal oben! Guck du mal in der Höhle alles an! Also ich hab schon in der Höhle eigentlich geschuckt! Also hier war auf jeden Fall echt... Der ist locker in der Höhle irgendwo! Wir sehen den nur nicht! Der muss in der Höhle sein! Ich hab schon alles eigentlich abgecheckt! Ich brauch einfach was zu essen langsam! Da hast du mal die Augen zugekniffen dabei! Boah, was zu essen! Stimmt ich auch! Wir hätten das Schafe eben, äh... Wieso komisch holen dann? Ähm... Oh! Hahaha! Ich dachte, du hast alles abgecheckt! Wieso? Ich hab ihn! Wie? Warte... Okay, mal gucken, wie lang du brauchst! Mal gucken, wie lang du brauchst! Er ist so in diesen Bereich hier! Du guckst schon... Ja, ja, guckst schon nicht schlecht! Hä? Ein bisschen weiter links! Ein bisschen weiter links, würde ich sagen! Er hinter dir an der Wand! Ja, 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 ja! Was? So offensichtlich? Ja! Einfach da an der Wand dran! Okay, wir müssen eine neue Insel, die jetzt gespawnt ist! Mal gucken, ja! Oh, die ist da vorne! Mit einem Haus auch! Ui! Wow! Also, ein paar Blöcke müssen wir eigentlich abbauen, ne? So! Du brauchst überhaupt schon was zu essen, ne? Du hast eben was gegessen! Nee, ich hatte nur den Goldapfel! Na, das ist auf jeden Fall ein bisschen größer, glaube ich! Boah, das ist schon schwieriger jetzt, ne? Das ist schon echt schwieriger! Ich will auf dem ersten Mal nicht sagen! Pferde sogar! Oh! Hier ist eine Kiste drin! Mit Brot! Oh mein Gott! Mit Essen! Mit Essen! Und ein Bett sogar! Das heißt, wir können sogar übernachten! Ah gut! Der Knopf könnte jetzt natürlich überall sein, ne? Meinst du, der ist eher in einem von diesen Häusern? Oder meinst du, der ist irgendwie wo? Ich glaube, der ist irgendwo dran! Guck mal hier! Ein Babypferd! Guck mal! Ah! Ey! Hahaha! Mach's gut, Tachu! Ey, was machst du? Vielleicht auch hier so... Ja, ich glaube, im Haus ist... Ja, 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 ja! Ich glaube, im Haus ist... Im Haus ist irgendwie gar nicht verkehrt! Oh mein Gott! Ich hab' ihn direkt! Was?! In dem Haus, wo du drin warst! Wieso? Wo hab' ich den denn hier? Hier oben an der Decke! Da oben! Ja! Ich wusste doch, dass er im Haus drin sein könnte! Der war ja voll! Alter! Wo ist die nächste? Hier auf der Seite? Oder... Hä? Hä? Wo ist die nächste Insel jetzt? Nächste Insel! Also! Oder gibt's dir einfach den nächsten... Gibt's dir noch einen Knopf? Oder unter uns irgendwo? Ist da unter uns gespawnt eine Insel? Ne, ne, ich sitze, ich wüsste! Yo! Was ist? Okay, komm mit, komm mit, komm mit! Hier drüben ist die Insel beim Spawn! Ach, beim Spawn! Ey, als Ort! Alter! Alter! Da, ich seh die! Und ich glaub' nicht, was hier in der Kiste drin ist, haben wir gar nicht reingeguckt! Da sind einfach ganz viel Samen und Essen und sowas drin! In welcher Kiste? Die am Spawn war! Du hast da gar nicht reingeguckt eben! Ich dachte, du hättest die abgecheckt! Hä? Da war gar keine Kiste am Spawn! Natürlich! Die erste Insel direkt, Bro! Weißt du noch, wie da eben eine Kiste war? Ja, da war keine Kiste! Ja, wie? Die ist auch einmal aufgetaucht oder was? Die ist da gespawnt, ja? Und... Ich glaube... Ja, noch ein paar Blöcke hier! Zack, zack, zack! Okay! Oh! Yippie! Okay, ich mach' nochmal ein bisschen mehr, falls wir dann wieder zurück müssen! So! Okay! Sehr gut! Okay! Wow! Pass auf, Zombies! Was ist denn da alles? Da waren Skelette! Pass auf! Skelette und Zombies und TNT und alles! Oh nein! Ich opfer das Schwein! Ja, los! Los! Ey! Sorry! Ich bin fast tot jetzt! Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid! Okay, also der Knopf muss auf jeden Fall, glaub ich, unten sein, ne? Ja, ja, locker in der Höhle drin! Komm! Ich geh' hier drüben rein, du gehst da unten rein! Alter, hier ist sogar ein Freeper mit ganz hier! Ah! 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 Oh Gott! Jaja, musst aufpassen! Ah! Er geht hoch! Digga! Der Prankt! Der Prankt! Wie meins der Prankt! Ich hab Schaden bekommen! Von wo? Wie ist jetzt der Knopf jetzt explodiert ist oder so? Alles gut! Alles gut! Ich hau die Skelette! Alter, der hat so einen krassen Bogen! Ich komm mit! Ich komm mit! Los! Hey! Hau die! Ich hau die! Nein! Mann! Ah! Noch einer hier! Okay! Da kommt Zombies von unten! Pass auf! Ich baue grad den Dings ab! Ich hab aber leider keine Spitzhacke! Nein! Der Zombie nervt! Ich will nochmal kurz meine Items! Willi, ich spawne das hier direkt wieder! Ich hab leider keine Spitzhacke! Das Problem! Ich spawne neue Skelette! Jetzt beeil dich! Nein! Ich bin schon wieder fast tot, Bro! Ich hab ne Idee! Ich hab ne Idee! Alter! Giftspinnen! Ich hab aber kein Feuerzeug! Ja, aber ich hab nen Knopf! Ich hab den Knopf! Ich hab den Knopf! Wieso? Wo war er? Hier! Warte! Hey! Wo ist er? Wo ist er? Ach da! Okay! Drück da auf! Schnell! Ja! Raus hier! Raus hier aus dem Getümmel! Alter! Gruselig! Da vorne! Alter! So ne Sandbase! Ah! Okay! Zeig mal! Bist du schon draußen? Jäger! Die sieht richtig cool aus! Das ist so ein Piratenschiff! Sehe ich gerade! Pass auf! Das ist so ein Typ mit so einem Zepter! Pass auf! Wo? Jaja! Oder so komische Quallen sind da! Die sind vergiftet oder sowas! Keine Ahnung! So ein Typ mit einem Zepter! Was redest du so? Ja diese Aquaman oder wie die heißen da! Keine Ahnung! Ich seh den nicht! Okay! Hier kann man rein gehen oder was? Ich seh den auch noch nicht! Genau! Hier kann man rein ins Boot! Locker hier unten! Ist locker! Ist locker der Knopf! Ja aber es gibt als ob sie nichts zum Plündern gibt! Hätte ich auch gedacht! Warte mal! Hier geht noch ne Leiter nach oben! Hier oben locker! Ja! Wow! Der ist hier direkt einfach groß! Was? Okay komm! Rauf da! Da drüben eine Eisinsel! Wow! Ja aber gibt es hier keine Sachen die man so mitnehmen kann? Ähm! Wundert mich auch ein bisschen! Ich crafte jetzt mal ein bisschen hier das Holz ab! Dann können wir da rüber bauen! Dann können wir da rüber bauen! 60 Blöcke alter! Geht richtig dabei jetzt! 60 Blöcke? Mhm! Was steht da? Echt mega gut! Alter! Hier hat jemand ein Schild hingeschrieben! Kasper stinkt! Das warst du doch! Gar nicht! Kann ich nicht glauben, dass du da so ein Schild in Wasser machst! Clever oder? Okay! Merke ich mir! Merke ich mir! Uh! Da sind sogar Fenster und sowas! Oh Gott! Ich dachte ich fall runter! Mit dem Schornstein! Wieso was ist da? Da wohnt jemand! Da wohnt jemand! Ein Yeti! Ja echt so! Okay! Reicht! Sehr gut! Einbruch! 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 Alter! Der hat ein fettes Bett! Voll die Villa hier! Der hat ein gar richtig fettes Bett alter! Safe! Mit einem Schornstein! Oh Gott! Ich weiß schon wo der Knopf ist! Ich weiß schon wo der Knopf ist! Glaubst du oben oder so? Ja ja! Safe! Ich sag dir ganz oben mit Ansage! Mit Ansage sagst du ganz oben! Ja ja! Safe! Hier hoch! So! Was? Bist du blind? Was ist los? Komm mal runter! Wieso was ist da? Komm mal runter! Hä? Zeig mal! Hä? Du bist ja voll blind! Oh mein Gott! Ich war direkt neben dem! Du warst direkt neben dem! Oh! Wo ist die neue Insel? Wie siehst du die Insel gespawnt? Hier drüben! Oh mein Gott! Rechts oben oder was? Ja! Die Lava Insel! Alter! Sie sieht ja richtig cool aus die Lava Insel! Krass! Okay! Alter! Voll verwunschen hier! Oh! Was denn? Alter! Ein Krater! Ein Armerkrater! Okay! Das ist echt krass! Was ist hier? Hier sind so Türme! Ja stimmt! Wie im Nenner! Also hier ist es richtig fies! Mein Gott! Hier geht es noch höher! Da unten irgendwo? Weiß ich auch nicht! Hö? Oh mein Gott! Ich habe ihn direkt! Was? Ach da oben in der Burg? Ja! Warte mal! Ich komme mal hoch! Ich komme mal hoch! Alter! Okay! Ich drück schon mal drauf! Mal gucken! Wo kommt die nächste Insel? Und? Wo ist die? Hä? Oh! Hier ist sie! Oh! Das ist die Endinsel! Stimmt! Danach geht es ins Endportal! So! Weiter wollen! Also! Ey! Was? Ja was? Was ist? Was steht da auf dem Stich? Das glaube ich ja jetzt nicht! Haha! Wie kommt das denn da hin? Ja ja! Frechheit! Weiß ich gar nicht wie das da hinkommt! Gegner! Hier gibt es Gegner! Pass auf! Ehrlich? Was ist das denn? Was ist das teile hier? Ich kenne das auch nicht! Hier schreit das! Was schreit da? Das ist laut! Ganz ganz gruselig! Boah! Boah! Das ist mal ab! Da kriegst du voll viel XP wenn du das abbaust! Ehrlich? Was ist das? Aber ich kann die nicht abbauen! Auch mit der Axt! Das dauert einfach lange! Alter! Schön! Boah! Bissin XP gibt man echt! Aber... Glaubst du hier ist irgendwo der Knopf hinten einfach so locker versteckt? Das ist für eine krasse Insel! Ja der ist locker einfach irgendwo an einem Baum dran oder sowas! Na mal gucken wer hier heute der Blinde ist! Wir sagen wer den Knopf findet der ist hier nicht der Blinde! Ja du bist auf jeden Fall! Ja du bist auf jeden Fall! Hast du ihn schon? Du! Das klar nicht! Ich glaub diga! Wo ist er? Wo ist er? Da! Oh was? Da ist die komplette Endinsel! Ah! Oh! Gut dass ich noch ein paar Blöcke habe! Ja ja habe ich genug! Ey da ist glaube ich ein Portal nach draußen! Sehr gut wie du baust! Das machst du sehr gut Kasper! Und fast da! Warte! Zack! Oh Gott jetzt noch ein Stück! Blöcke warte! Noch ein Stück! Okay! Reicht! Und rüber! Oh Gott! Sehr gut! Okay! Wie Gott sei denn kein Enddrache! Hier ist das Endportal! Zeig mal! Wow! Da fehlen doch die Endsteine! Stimm! Die Endaugen! Was liegt es hier? Endaugen! Hey was ist das hier? Zeig mal! Porusfrucht! Was ist denn das? Lag da einfach rum! Oh ich kann mir vorstellen wo der ist! Wieso? Ich? Da in den Ecken drin glaubst du? In den Ecken glaube ich drin habe ich das Gefühl! Nein! So schwer ist der nicht versteckt! Hä? Hä? Wo soll der sein? Also ich habe jetzt unten alles abgecheckt! Unten ist er nicht! Ja! Okay! Das heißt! Er muss oben sein! Aber ich habe nur eine Idee! Ich habe nur eine Idee! Okay! Er muss oben sein Bro! Er muss oben sein! Hä? Wie soll der sein? Genau! Bau dich mal hoch! Guck mal auf alle oben rauf! Ja ja ja! Also hier bei denen die man so easy sehen kann! Da ist der auf jeden Fall nicht drauf! Ich gucke mal bei dem ganz hohen! Das ist der höchste Turm! Vielleicht hier oben drauf! Aber hier ist der Knopf auch nicht! Der ist nirgendswo oben drauf! Nirgendswo oben drauf! Ey das kann doch nicht sein! Der muss doch jetzt hier irgendwo sein! Vielleicht müssen wir doch einfach in die Lava reinspringen Kaspar! Ah! Das kann auch sein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Ich bin draufgegangen! Ich auch! Mann! Der war hier einfach nirgendswo! Wir haben es aber geschafft! Ohhhh! 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 Was geht? Wir sind heute bei dem ultimativen Lucky Block Race! Alter sogar mit Lava Parkour und sowas! Ja ja! Und das wird heute extrem cool sein! Oh ich bin runtergefallen! So ich bin jetzt hier wieder am Stand! Und das ist auf jeden Fall ganz krass Lava! Sehr gut! Erstmal hier einen krassen Parcours machen, bevor man sich überhaupt einen Lucky Block holen kann! Alter! Oh Mann! Direkt bitter! Ah! Okay! Bisschen Flight habe ich schon mal! So! Der nächste Lucky Block! Was ist denn hier? Was ist mit meiner Tastatur los? Was war das für ein Ding gerade? Hä? Na ahnung! Hast du schon einen Lucky Block aufgemacht? Ja ne? Ich habe schon einen Lucky Block aufgemacht! Ja! Was machst du denn da? Ich sag dir das ist voll der schwere Parcours heute glaube ich! Der ist auf jeden Fall tricky! Der ist auf jeden Fall tricky! Ja ja ja! Nein! Was ist los? Ich bin hier mit diesen blöden Silberfischen! Oh mein Gott! Und ja! Und die hauen mich hier runter oder was? Das hast du verdient! Die hauen dich da sowas von runter! Aber guck mal die fallen runter jetzt hier! Okay alles cool! Ach lol wir beide! Das ist auch mein Weg! Oh ne! Ehrlich? Das ist auch mein Weg! Haha! Ah und jetzt geht's schon oben! Guck mal hier wo ich bin! Wow! Jetzt trennen wir uns wieder! Ah perfekt! Jetzt trennen wir uns hier nämlich wieder! Warte mal! Ich schnapp mir erstmal den Checkpoint! Das ist glaube ich nicht verkehrt ne? So Checkpoint habe ich wieder geschnappt! Ja ja! Aber jetzt kann man die entspannt wieder aufmachen hier! Äh siehste! Ich bin nicht runter gefallen! Tja! Das war ein Zeichen! Okay! Das war ein Zeichen! Ey jetzt brauche ich das hier! Jetzt brauche ich 10 Jahre um das hier abstehen! Ich hab ein Pferd! Alter! Ich bin der goldene Reiter! Mit ner äh... Alter! Warte! Hahaha! Ja! Das ist nicht dein Ernst! Ah jeh du Gaul! Guck mal! Was ist? Ich hab ne... Die hatte die Errüstung! Ja das ist ja schön! Digga das werde ich mir sowas von merken! Das kann dein Pferd aber jetzt... Hä? Wo bist du? Wo bist du? Ich bin unsichtbar! Ich bin unsichtbar! Hau rein! Was? Oh! Ja! Ah! Zombies! Ich bekomm hier so einen Schrott! Was soll das denn werden? Zombies! Oh mein Gott! Ja! Sag mal! Jetzt wollen die es aber auch wissen! Das ist natürlich jetzt... Oh mein Gott! Ich hab ne Kiste! Mit Diamanten! Oh! Nein! Nein! Wieso was los? Ganz viel TNT! Ja! Komplette! Komplette! Komm schon! Ey! Ah! Gott das war knapp da gerade! Ich hab ja so viele äh... Ich krieg aber nur Pech! Guck mal willst du das hier? Willst du das hier haben? Also du hängst ja voll zurück! Wir sind zurück! Du machst ja voll die Bäume auf den Baum auf! Ja ja normal! Ah! Äh! Warte mal! Hier muss ich ganz kurz so... Und! Feuern! Ey! Hast du mich geschossen? Nein nein! Der Eisenghule hat dich runter gehauen! Ja ja! So ein Ding also! Warte mal! Oh mein Gott! Hier muss man einfach den... Hier muss man einen Bogen aus der Kiste nehmen und das Ziel treffen damit der Weg runter gefahren wird! Okay warte mal! So ich geh jetzt... Ich geh jetzt erstmal ganz kurz... Jetzt hab ich erstmal alles hier eingesammelt! Ich hab jetzt ganz viel... Heil dich mal ein bisschen da drüben du Retter! Mann! Die hauen mich ja auch die ganze Zeit runter Bro! So! Okay! Jetzt bin ich hier wieder am Start! Alles gut! Ja! Da komm ich noch nicht ran! Schon ein bisschen... Was war das? Mein Gott! Eisenghule im Lahr war jetzt hier drin! So pass auf! Ich muss jetzt erstmal... Die Hose habe ich! Ich nehme jetzt mal den Bogen und werde jetzt mal ganz gezielt da hinten auf die Schielscheibe schießen! Und Feuer! Oh mein Gott! Und Feuer! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe einen Schutz-Drei-Buch! Au! Und goldene Äpfel! Soll ich mal die auch schon mal auf die Scheibe feuern? Nein! Noch nicht! Die sind kleine Schafe! Was machst du denn? Ja! Ey! Du bist so nervig! Jetzt darf ich da hinten wieder spawnen! Bei den... Du, dir ist schon klar, dass das ein Lucky-Block-Rennen ist, ne? Und jetzt hängst du da hinten wieder an wie so eine Lusche! Und da ist er wieder! Ich hoffe, da sind jetzt noch gute Sachen drin! Oh nein! Nein! Nur Pech! Nur Pech! Tja! So ist das halt, ne? So kann man erst das Abruf so auch mal kommen! Jetzt komm ich hier runter! Das wirst du sowas von bereuen! Ich treu dich heute mal ein bisschen! Ich treu dich heute mal ein bisschen! Das wirst du richtig bereuen, Kaspar! Ja, 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 ja! Gar nichts! Was ist hier? Hier kann man... Ah! Hier muss man anscheinend treffen, ne? Hast du das Ziel schon getroffen hinten, oder was? Bro, ich bin schon gleich bei der Zielnie! Und dann glaub mal, dass ich da direkt auf Arena drücke, ne? Nix da! Ich lasse hier keine Chance, Bro! Hä, wie trifft man das Ziel? Tja, indem man mal zielen kann, ne? Okay! Indem man mal trifft! Ah, hier ist jetzt wieder Pech, ne? Echt? Hast du heute nur Pech, oder? Ah, Bro! Wieso, was bekommst du denn da? Ey! Was bekommst du denn? Das kann nicht sein! Jetzt bin ich hier wieder ganz hinten! Äh, nicht auf dem Knopf drücken! Das ist unfair! Also heute habe ich ein bisschen Pech, muss ich sagen, ne? Ja, ja, ja! Ja, ne Dia-Hose! Ja! Oh, ich habe ein Haus! Okay! Mit, oh, Dia-Schneer! Feuerschutz! Oh mein Gott, was ist das für eine krasse Axt! Wow! Und der, der... Oh, ich habe auf jeden Fall... Warte mal, ist das hier noch? Was denn das? Ein Iglu! Hä? Oh mein Gott, hier ist... Jo, ne Dia-Platte! Und verzauberter Apfel! Oh nein! Meine Dia-Blöcke! Meine Lucky-Blöcke wurden despawned, weil ich hier Dia's bekommen habe! Nein! Okay, sehr gut! Nein, gar nicht! So hier ist noch... Hä, ich bin noch weiter als du! Hä? Oder wo bist du? Ich bin hier vorne, Bro! Ich bin schon viel weiter vorne als du! Guck mal, hier bin ich! Hä, dann bist du auf den grünen bist du ja dann, ne? Ja, ja, ich werde irgendwie auf den grünen respawnen! Ich weiß auch nicht wieso! So, Checkpoint! Oh mein Gott, hier sind so viele Dia's und du kriegst das alles nicht abgeerntet, weil ich schon da bin! Hä, was soll das? Hä, du bist auf meiner Linie jetzt, oder was? Nein, 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 nein! Aber hier führen die Wege wieder zusammen, deswegen bin ich hier! Oh nein! Skelett! Ey! Gut, dass ihr grad... Ey! Dass ihr grad ein Checkpoint war! Hast du noch was Gutes? Ich krieg auch keine guten Items irgendwie, ne? Hm, heute ist komisch! Kriegst du gute Items? Ah! Die Schleimer hauen mich runter! Schade! Also hier sind echt... Ey! Wieder Pech! Ja! Höh! Wurde irgendwo hin teleportiert! Oh Gott! Achso! Wohin denn? Hier dann vorbei! So, alles gut! Ne, das ist aber nur... Ah, das ist aber nur ein Haus entstanden! Okay! Ach! Mano! Aber die haben, glaube ich, voll viele Luckyblöcke weggemacht! Ey, diese blöden... Ich mein, ich krieg da jedes Mal jetzt hier dasselbe jetzt grad, ne? Wieso, was bekommst du denn? Ey, der hat die Luckyblöcke schon wieder weggemacht! Das ist doch... Richtig Pech hier! Ja! Das ist ein Zeichen, Bro! Das ist ein Zeichen, ob du vielleicht mal aufgeben hast! Ah! Ich fall hier runter! Also ich hab bis jetzt richtig... Ja, ich fall auch richtig runter! Ich hab bis jetzt richtig Pech mit meinem... Ah, hier hast du! Ah, ich seh schon, was du hier gemacht hast! Wo flieg ich? Und alles gut! Du hast hier bei mir was aufgemacht, sehe ich gerade! Nein! Das ist der Weg, der führt zusammen, Bro! Da kann das... Stimmt nicht! Da kann jeder ran! Da kann jeder ran! So ein Ding also, ne? Ja, was? Da kann jeder ran! Hier ist noch einer! Lucky Block! Ah! Nein! Gap und Schuhe runtergefallen! Ja! Nein, Bro! Wie bitter! Wie bitter! Okay, aber hier... Das können wir noch anziehen! So! Okay, das war auf jeden Fall schon mal nicht schlecht! Wie noch ein bisschen was vielleicht? Ne! Ne, nehm ich jetzt gerade wieder... Ich bin jetzt gerade wieder blind! Ich kann gerade wieder nichts sehen! Oh mein Gott, ich seh grad, ich hab ein richtig gutes Schwert! Hier ist der Eisengolem, Schleimz, die Lucky Blöcke nehme ich lieber noch mal mit hier vorne, ne? Oh, mich hat mir alles noch runtergefallen. Ja! Okay, hier noch vielleicht. Nein! Ich schwebe! Oh ne, nur Müll, was ich hier gerade bekomme. Ehrlich? Ja, ich krieg da nur Schrott. Ey! Was ist? Ey, jetzt spawne ich und spawne in der Luft und bin immer tot! Wieso, was ist denn? Mein Spawn ist tot! Was hast du gemacht? Alter, ich hab das einfach gebaut. Du hast mich runtergeschossen, Bro, das weißt du auch ganz genau. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Okay, okay, ja, alles gut. Gefällt mir sowas. Oh, gut, dass du mich runtergeschossen hast. Jetzt hab ich noch mal ein bisschen doppelte Chance. Ey, es wackelt alles. Wieso hast du jetzt doppelte Chance? Oh mein Gott, ein Lucky Baum! Okay, ich denke, wir haben noch 12 Sekunden, ne? Ah, schnell, alles equippen, alles equippen! Oh, alles aufmachen, so viel man kann! Nein, 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 nein! Verdammt! Oh mein Gott! Was krieg ich hier grad alles? Mann, ich hab leider noch nichts, ich konnte leider noch nicht mehr nix verdingsen hier. Oh Gott, es geht los! Es geht los, Kaspar. Los geht's, komm, ist egal. Ist egal, ist egal. Ich hab jetzt nicht so krass, es ist die Quippe, aber es ist okay. Der Kampf, Kaspar. Der Kampf, er beginnt! Der Kampf beginnt. Wappi. Oh nein. Aua. Nein, wie viel Schade, hast du es abgezogen, bitte? Was willst du? Tja, du weißt, oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Das ist schon wichtig, das ist schon wichtig. Oh Gott, ja. Ja. Hau ab jetzt. Ja. Hau ab. Nein, 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 wie schnell war das denn um, Bro? Ich konnte gar nicht, ich hatte meine Hotkeys falsch. Tja, deine Hotkeys waren falsch. Wie viele Leben hattest du noch? Wie viele Leben hattest du noch? Full. Full ist Leben. Ich hatte auch echt schlechtes Equip. Zweite Runde, die entscheidet jetzt alles. Bist du bereit? Ich bin absolut bereit, okay. Ich mache echt volles Spiel. Diesmal ist es wieder eine andere Web, ne? Das war jetzt eine andere Web. Ja, stimmt, stimmt. Okay, ja. Oh, die hat die. Ich habe direkt Dia-Schwert und ich habe direkt verzauberte Äpfel und Stärke tragen, ne? Das war natürlich gleich klar. Okay, Emeralds für die Erfahrung, ne? Nimm mal die auf jeden Fall mit, dass ich die Levels mitnehme. So was für Farmer, was hast du? Ich bin hier, ich habe ganz viel Gemüse, ich habe hier ganz viele Karotten. Ja, wo? Was hast du? Du bist schon wieder unsichtbar. Oh mein Gott. Ah! Was ist? Ah, Hexen! Hilfe! Hexen, Hexen, Hexen! Ich bin eingesperrt. Ja! Runtergauen. So, kann man nicht nach Hause gehen? Wie geht das weg? Oh, du hast schon wieder so einen lucky Baum? Ich habe schon wieder so einen Baum. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich glaube, da sind nicht so krasse Sachen. Nein, da sind so krasse Sachen leider drin. Oh, deine Kühe da drüben. Ja, die gehen dir wohl was, ob die Nerven sind. Die sollen mal nerven. Die sollen mal nerven. Die sollen aufhören zu nerven. Okay, okay. Also viele... Nein. Sammeln wir alles ein. Zack, 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 zack. Komm, Jocker, wirklich. Ah! Was hast du da? Ja, verbrennt! Rettige Zombies! Problem ist jetzt gerade, jetzt bin ich hier wieder... Das ist wieder alles... Denk doch, dass die Zeit abläuft, ne? Ich wollte es schon sagen. Ich weiß, die Zeit läuft noch ab. Ich würde diesmal auf jeden Fall hinten noch was vercraften. Nein! Lava! Ja! Ja! Ich muss auf jeden Fall weiterlaufen. Der Baum, der ist besser. Also es sieht besser aus, als er ist. Da sind einfach keine guten Sachen irgendwie. So! Ey, warum hast du... Was willst du, du Gars? Hast du bei mir aufgemacht? Nein, wieso? Oh mein Gott, du hast dir abgekillt. Hast du mir viel aufgemacht? Hast du von viele aufgemacht? Ich hab mich eine aufgemacht. Da ist Lava und so hier direkt schon. Ja, ich hab einen einzigen geöffnet und da kam auf einmal so ein Schraub. Ey, dieses... Ich bin ganz hinten hier gespawnt. Dieses blöde Teil, Alter. So, jetzt hier, komm. Aua! Ich wurde vom Blitz getroffen. Okay, alles klar. Ey, ich bin jetzt in... Okay, ich kann mich zum Ausbuddeln. Ich dachte gerade. Oh mein Gott. Ich schnapp jetzt... Ist das auch bei dir gerade? Ja, ja. Ich hab irgendwas geöffnet, dass ich vom Blitz getroffen wurde. Ja, okay. Ich wurde auch vom Blitz getroffen, glaube ich gerade. Aber ich kriege gerade auch echt keine guten Sachen, muss ich sagen, ne? Na, aber ist... Also, was... Doch, hier ist eine Dia-Busplatte. So, hab ich hier vielleicht noch irgendwas anderes? Boah, ist das ein schlechtes Dia-Schwert oder ist das ein schlechtes Dia-Schwert? Mann. So, jetzt geht's hier weiter, Leute. Jetzt hier ein paar Hühnchen noch holen. Und Babyhühnchen sogar. Jetzt komme ich hier auf jeden Fall langgesprintet. Ich kriege aber echt keine guten Sachen gerade. Also Karottenfels und so. Ich habe auch kein... Ich habe auch kein Dia-Eck-Vip irgendwie. Das ist nicht schlecht. Das könnte ich nutzen. Können wir jetzt nämlich hier eine Hose machen. Oh, was ist denn das für ein Schwert? Acht. Sechs Angriffsschaden, Bro. Was kriege ich hier für ein Schrott gerade? Eine Hose, sehr gut. Oh, das ist gut vielleicht. Alter, was? Hey, hör auf. Was hast du bekommen? Hör auf, wo bist du? Wieso, was ist los? Du schießt auf mich. Ich schieße gar nicht auf dich. Ich habe ganz viele Lucky-Blöcke hier. Ja, der war ja mega-lucky. Ey. Ich habe in einem Vierer-Lucky-Block einen Vierer-Lucky-Block bekommen. Ah ja, moin. Die haben wir auch noch nicht so gesehen. Auch gut. So, ist hier irgendwas? Oh, das ist doch... Der Lucky-Baum hat richtig reingecarried bei mir, ne? Habe ich was Gutes hier noch bekommen? Rückstoß, Schärfe. Schutz, Schutz, Schärfe, Rückstoß. So. So, und hier sind nämlich noch ein paar. Ein paar gewesen. Ey, jetzt bin ich eingesperrt mit Silberfischen. Ja! Karma, Papa, Karma. So, was haben wir hier noch? Und ein... Ja, gut. Also, es hat sich gar nicht... Die Lucky-Blöcke haben sich leider gar nicht gelohnt. So, jetzt bin ich hier wieder on track, Bro. Alles entspannt. Okay, sehr gut, sehr gut. Und, äh, was haben wir hier noch für den Tag? Jetzt kann ich hier nämlich... Ey, das kann doch nicht sein! Wie viel Pech ich hab! Oh! Ja, was ist das jetzt hier? Oh, ne... Oh, ich hab doch schon ne Dia-Hose. So, hier. Oh, ne Kiste mit weiteren Dias. Das heißt... Du bist jetzt schon full Dia mittlerweile, ja, ne? Äh, ne, der Helm noch nicht. Aber den mach ich jetzt gerade. Der Helm... Zack! Ey! Was denn? Merk ich mir. Das merk ich mir. Okay, okay, okay. So, jetzt bin ich... Ah! Oh, oh, oh! Oh, oh! Ich fahr jetzt runter. Oh, oh, oh! Hau mal ab hier, ihr Ender-Mains! Oh Gott! Ja! Okay, alle weg. So, komm schon. Bitte ein bisschen Glück jetzt! Mann, ich krieg nur so Schweine! Was wollen wir damit? Tja, passt ja. So, oh Gott, nein! Jetzt fall ich runter. Ey, hier ist doch dein... Hä? Was? Okay. Hier ist dein Lucky-Baum-Loch mit, äh... Du gehst nicht an meinen Baum ran. Ja, alles gut. Na gut. Hör doch auf! Ich sag's nur nicht an den Baum ran. So. Okay. Jetzt ein bisschen Glück jetzt hier. Oh, was hab ich gedroppt bekommen? Uh, der könnte gut sein. Ehrlich hier gerade. Der ist gut, Leute. Komm schon hier noch ein bisschen mehr Glück jetzt. Wow! Okay, nochmal anscheinend was. Komm ich in hier alles? Nur Schrott gerade. Okay, ich bin durchs Ziel. Ja, ich hab echt... Ich hab auch nicht so... Komm schon hier. Oh, ne Diab... Oh, das ist gut. Das ist gut. So, jetzt muss ich auch mal kurz gucken, ob ich irgendwas... Was hab ich noch bekommen? Okay. Okay. Ich hab auf jeden Fall ein paar Sachen. Aber das Problem ist... Ich hab, äh... Kein... Ach, ich hätte meinen Diabschwert nicht wegwerfen sollen, ich Idiot. Oh, warte mal. Das... Oh, das kann ich drauf machen. Oh, yeah. Das würde auf jeden Fall... Yeah. Das würde ich nerven. Okay, okay. Was hast du da? Was hast du da? Das würde ich nerven, Kollege. So. Wieso? Der Rest kann dann hier weg. Das kann weg. Oh, das ist gut noch, wenn ich das mache. Geht das hier? Kann ich das einfach drauf machen jetzt? Das wäre krass, wenn das jetzt geht. Ne, weil es schon verzaubert ist, ne? Ey! Battle Arena Start! Ey! Ja, 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 ja. Tja, du hast mir zu lang gebraucht. Das merk ich mir auf jeden Fall, Kollege. Ja, ja, mach mal ruhig, mach mal ruhig. Was willst du, Alter? Willst du echt Stress da drüben? Was craftest du da noch? Gar nichts. Gar nichts. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Oh Gott! Was willst du? Nix. Alles cool. Oh mein Gott, nein! Ja! Oh mein Gott, nein! Was willst du, hä? Jetzt gibt's Ärger. Oh mein Gott, ich hab so ein krasses Schwert. Ja! Komm her, hä? Komm her, hä? Du hast keine Chance. Äh! Äh! Oh mein Gott, Alter! Oh mein Gott, ich werde es so krass! Wie weit ich wegfliege damit? Boom! 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 Ich kann ja nichts machen! Ey! Bam! Bam! Au ab, Kollege! Rückschluss geht! So, was willst du? Ja, wie viel hattest du noch? Full Herzen, aber ich hätte keinen Apfel mehr. Was? Du hast doch full Herzen? Du hast den Schäfel für mich schwer, du hast trotzdem verloren. Ja, Bro, du hast doch full Herzen. Ich konnte mich nicht healen. Ich hab die Generation auch nicht drauf gehaftet. Mano, nicht schlecht, ey. Kaspar, was genau? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wir sind auf einem Block, aber es ist ein Regenbogenblock. Wow, der sieht krass. Oh, ich hab Erde bekommen. Warte mal, ich kriege mal einen Block weiter. Oh, Holz bekommen. Danke. Oh, noch mal Erde. Danke. Wir müssen jetzt heute probieren, das Ding jetzt zu überleben. Lass mich mal abbauen. Ey, Mann. Ich will auch mal abbauen hier. Ey, mal gucken, ob wir die Items verliehen. Ich glaube, wir verliehen die Items. Ja, hau mich besser nicht runter, Bro. Oh, nee. Nicht runterhauen. Ich hab mal Wasser geplaced, dann können wir da zur Not abhauen. Ja, ja. Ja, gut, was bringt das dann? Das baue ich alles nicht. Ja, weil du mal runterfällst, kannst du da reinstecken. Hallo, Mr. Piggy. Nein. Nein. Hallo? Oh, mein Gott, guck mal, was ich bekommen hab. Ich auch. Da hinten, guck mal, der Dicke. Was ist denn das für einer? Oh, mein Gott. Was kommt der denn? Wo kommt der denn her? Lass mal kurz zu dem hier rüberbauen. Dem können wir, glaube ich, so... Ey, ich hab noch was gerade bekommen. Hä? Du auch? Ich auch. Spawn Island. Was? Ich kann eine Insel spawnen. Drück mal. Hä? Hab ich gemacht. Nicht genug Platz steht hier. Nicht genug Platz? Ja, okay. Okay. Jetzt. Oh. Was? Wie cool ist das denn? Alter, okay, warte mal. Ich sprake mal mit dem. Hat der irgendwas für's? Ich muss ein bisschen Holz hier machen, so. Ah. Okay. Ah, lol. Der gibt uns. Was gibt der uns? Für so Elytra und so Goldäpfel und sowas. Oha, was? Okay, okay, okay. Sehr gut, dann bauen wir weiter ab. Oh, der wurde geupgradet. Ja, ja, der wurde geupgradet. Bessere Sachen, ja. Wie besser ist das hier, ne? So, guck mal. Oh Gott. Jetzt schön alles einmal. Ja, man kriegt auf jeden Fall doch schon bessere Sachen, muss ich sagen. Man hat jetzt hier... Wir müssen Michael halt auch komplett durchspielen, ne? Auf nur... Ich hab jetzt Natur, Grasburg und Melone, ne? Ich hab ne Melone. Okay. Unten, ich hab nen Birken-Setzling. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wichtig. Okay, warte, warte, warte. Das heißt, hier schön den Setzling drauf machen. Oh ja, da gibt's auf jeden Fall ganz gute Sachen. Dich nenne ich Elma. Hallo Elma. Warte, ich spawne jetzt auch noch mal ne Insel. Nein, meine Kuh. Ich hab ne Insel gespawnt. Busti. Da unten. Ey. Ey, die ist rot. Ja, wie cool ist das denn? Komm, warte, ich mach mal hier unsere Plattform ein bisschen größer, ne? So, einmal alles ein bisschen größer machen. Weil das Ding ist, das wird, glaube ich, da noch richtig schwer. Ich krieg hier nur Erde raus. Ehrlich als ob. So, guck mal hier noch. Was ist das denn? Sag mal, hier noch mehr Erde. Okay. Und der Crafting-Bench, meine mal ganz kurz. Ich hab jetzt schon drei Rainbow-Blöcke, ne? Also, drei... Oh mein Gott. Hallo Faxi. Hallo Faxi, was geht? Du hast drei Rainbow... Ich hab vier von diesen Dingern. Vier von diesen Dingern. Und du siehst auch gerade oben rechts, siehst du das Upgrade, ne? Nächstes Upgrade bei 250. Ja, stimmt, bei 250. Oh, das ist ja schon was. Hast du noch einen weiteren Wasser einmal bekommen? Das ist ja verrückt. Ja, soll ich noch mal einen setzen? Zack. Hier. So. Okay, dann mach ich hier nochmal ein bisschen... Oh Gott. Hier einmal, ne? Zack. Oh, ich bin auf jeden Fall... Nein, was war das? Das Hähnchen. Das war ein Eimer nur. War nur ein Eimer, alles gut. Ach so, okay, warte ich. Oh, rein, du doofes Hähnchen. Hey! Oh nein! Was machst du denn? Geh ins Wasser, geh ins Wasser. Was machst du denn, Bro? Jetzt hab ich fünf Dinger weg. Lass mich mal wieder abbauen jetzt hier. Nein, du... Ja, okay. Du kannst dich auch welche haben von den Dingern. So, nimm doch. Krasses davon. So, und zwar... Wer kauft dir was Krasses? Warte mal, wir könnten uns für acht Dinger eine Insel spawnen. Ja, hätten wir jetzt machen können, ja? Hätten wir jetzt machen können. Wie viele hast du? Äh, vier Stück. Und du? Drei. Also ein zu wenig, leider. Ein zu wenig für die Insel. Aber wir kriegen jetzt gleich den Upgrade. Alle 25 Blöcke kriegen wir jetzt so ein Ding geschenkt. Du kannst jetzt mal hier so ein Ding bekommen? Ja, okay, hier. Dann hol mal so ein Teil. Okay, jetzt spawn ich die Insel bereit. Drei, zwei, eins und los. Wo ist sie? Wow. Wow, was? Ein weiterer Block? Das ist noch einer. Ich geh da hin. Ich geh da hin. Dann können wir zusammen abbauen. Ja, ja. Das ist richtig heftig, hä? Du hast einfach einen weiteren Block dir geholt. Alter, dann geht das doppelt so schnell, ne? Dann können wir auch ins End irgendwann. Ja, genau. Ich krieg hier gerade auch einfach nur Erde, ne? Das ist richtig schlecht. Ja, man kriegt hier richtig oft Erde. Vielleicht ist das auch ein Lucky Rainbow Block oder sowas. Das wird auch sein. Ich hoffe doch, dass wir mal ein bisschen mehr Glück haben. Soll ich mal die Blöcke ein bisschen größer? Dann lebe ich den schon hier runter? Ja. Wow, oh mein Gott. Oh Gott, ey. Ey, der ging nur einmal. Da kam nur ein Ingrid raus. Also ein so ein Block. Und jetzt musst du wieder hochkommen, oder was? Ey, Verrättung. Ja, oh mein Gott. Dafür haben wir nicht mal genug Blöcke. Das ist gar nicht witzig. Du hast ja keinen Baum, doch du hast einen Baum. Okay. Doch, doch, doch. Da ist doch noch alles entspannt dann. Sollen wir mal gucken. Wir haben jetzt schon 183 von dem Upgrade hier gemacht. Sollen wir mal gucken. Ich weiß nicht, ob wir uns zu den anderen runtergraben sollen. Ich meine, wie grabt man sich auch hier jetzt am besten runter? Nein, die bringen nichts. Ich glaube, die bringen nichts. Die bringen nur Essen, ne? Die bringen nur Essen. Das eine Ding bringt halt echt nur so Pilze. Okay, ich brauche mal wieder ein bisschen weiter ab hier den Block. Oder mach du? Ja, genau, genau, genau. Okay, warte. Ich habe jetzt schon einen weiteren Rainbow Innig. Ich habe jetzt noch zwei Eimer und so Grasblöcke und Melonen und sowas, ne? Und Zuckerrohr und zwei Eichensetzlinge. Das heißt, hier einmal. Okay, die kannst du eigentlich schon mal placeen für Holz, ne? Genau, dass wir mehr Holz haben. Weißt du, dass das eigentlich mal gut wäre? Eisen. Und wir können auch Dias mit dem Typen traden, fällt mir gerade ein. Ich sehe es gerade. Wir können echt mit dem Dias traden. Hier, nimm mal meine Rainbowblöcke. Du kannst mal irgendwas krasses kaufen davon. Was kann ich davon kaufen? Mit sechs Stück. Ich glaube, dadurch, dass man damit viel kaufen kann. Nein, was kannst du dir doch locker holen. Verzauberte Äpfel und ein Dias könnte ich mir holen. Ne, zwei Dias. Also, es lohnt nicht. Aber es macht wahrscheinlich mehr Sinn, diese Äpfel später zu holen. Ja, ja. Okay, grabe auf jeden Fall weiter ab jetzt. Ah, aua. Alter, vorsichtig. Das ist doch cool, wenn du mich hier haust. Aber ich kriege hier auch nur Erde raus. Jetzt gleich kommt aber das große Upgrade. Nein. Oh, endlich, sag mal. Das große Upgrade würde es auch hier lang, äh, lang drauf warten. Oh, mein Gott. Ja, ja, ja. Hier noch die letzten 17 Blöcke, noch? So, okay. Die letzten 17 Blöcke. Ja, und? 10 Blöcke jetzt nur noch. Und? 9, 8. Oh Gott, was glaubst du, wie sieht das Upgrade aus? Ich glaube, wir kriegen kassere Sachen dann daraus. Ich hoffe, wir kriegen jetzt extrem krasse Sachen. Okay, einer noch und Upgrade. Und? Wow. Und jetzt? Und was kriegst du? Ja, warte, was kriegt man denn jetzt hier? Normale Sachen habe ich bekommen. Hä? Kohle. Sicher? Ich habe einen Kohleblock bekommen. Oh, Kohle ist schon mal nicht schlecht, ne? Ja, ich mache schon mal eine Spitzhalle. Was kriege ich jetzt hier gerade? Holz habe ich gerade gesehen, Erde. Aber man kriegt eine Kuh, okay. Aber die Sachen sind eigentlich gar nicht so krass geupgradet, muss ich sagen, ne? So, jetzt hier schön weiter abbuddeln. Bada boom. So, okay. Was ist los? Ich habe einmal was runtergefallen. Ich stand genau direkt drauf. Ja, ich stand drauf und einmal runtergefallen. Ja, ich mache schon mal schön Fleisch hier vor uns. Und zack, hier auch nochmal. Was habe ich denn jetzt hier noch bekommen? Wir haben Kartoffeln bekommen. Ich sehe gerade da unten ist voll viel Stein, ne? Bei der anderen Insel da unten. Da können wir sogar, haben wir sogar richtig viel essen? Das meine ich ja. Wir haben Essen, Steine, also... Okay, warte mal. Ich baue rüber und dann springe ich ins Wasser, ermelde schierartig. Pass auf. Okay, okay. Da bin ich auch mal gespannt. Ja, ich werde zugucken. Bist du bereit? Bist du schon da, oder was? Reicht mir, reicht mir. Der Profi macht das von mir aus. Okay, dann zeig her. Ich bin gespannt. Okay, es geht los. Und? M-L-G-1! Oh mein Gott! Was? Das hat wehgetan. Aber ich habe es noch nie überlebt. Und wie ist die Insel? Oh mein Gott, ganz viel reife Sachen. Nein! Was? Die Stachelbeere hat mich gestochen. Du hattest nur ein halbes Herz, oder was? Ja, meine ganzen Sachen sind runtergefallen. Oh nein, du bist so ein Idiot. Wir brauchen noch diese Rainbow-Dinger. Die Rainbow-Bahn. Aber lange noch ein paar Sachen. Die habe ich noch. Die habe ich noch. Ehrlich? Ja, die habe ich noch. Aber auch mein Schwert und sowas alles. Mann. Stimmt, du hast dein Schwert gemacht, ne? Mann. Ey, verdammt, Alter. Aber egal, ist nicht schlimm. Hier ist Gemütsstein. Oh, ich habe einen Lava-Eimer und Glühbeeren. Was sind denn Glühbeeren? Ach, hier ist meine Spitzhacke. Au! Oh, wir haben einen Villager. Aber der kann nicht traden. Was? Voll unnötig. So, jetzt hier ein bisschen weiter. Buddeln, Netzner. Sag, sehr gut. Und es sind nur noch 100 Blöcke, um das nächste Upgrade zu bekommen. Hm, sehr schön. Ich habe hier schon mal ein bisschen den Basics da für uns. Ja, das ist gut. Ey, der sieht so cool aus, ne? Der Regenbogenblock. Alter. Der sieht extrem cool aus. So, mein Inventar steht fast voll. Ich glaube, ich muss jetzt langsam mal hier eine Kiste machen. Damit wir auf jeden Fall auch nicht so viel nachher verschwenden. Jetzt packe ich erstmal alles hier rein, was ich gerade erfahrt habe. Ich glaube, es ist nicht so verkehrt, ne? So. Und ich lasse nur die Kartoffeln über. Au! Bist du wieder draufgegangen? Nein, nein, nein. Alles gut, alles gut. Was machst du denn überhaupt da unten gerade? Ich fahre mit dem Stein. Ich fahre mit dem Stein, damit wir Ofen machen können und Spitzhacke und sowas. Das ist gut. Das ist gut. Das ist wichtig. Der Hund greift direkt. Nein, der Hund. Der Hund wird draufgehen. Das ist im Wasser. Der Idiot. Und der fällt runter. Nein. Der war so gut, weil er hat die ganze Zeit die Tiere geholt. Oh Mann. Okay. Naja gut, aber mein Gott. Das ist halt nicht schlimm. So, komm schon ein bisschen weiter jetzt hier. Ein bisschen schön. Oh Gott. Oh, nein. Die Kuh ist gestorben. Nein, als ob. Ich habe auf jeden Fall richtig gut Essen für dich, wenn du darauf Hunger hast. Hier auch nochmal schön Ablaufen. Ja, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt mit Essen jetzt gleich, ne? Das ist nicht verkehrt. Ich würde sagen, ich komme wieder nach oben, ne? Das ist mir ein bisschen zu ungeheuer. Komm mal wieder her, komm wieder her. So, dann kannst du auch den Block weiter abbauen, weil es fehlen nur 50 Stück fürs nächste Upgrade. Oh mein Gott. Sehr gut. Ich weiß, ich weiß. Ich muss noch ein bisschen Erde mit hier sagen. Eine Babykuh. Oh mein Gott. Wie nennen wir die? Wir haben eine Babykuh. Das ist eine gute Frage eigentlich, ne? Tutti. Die heißt Tutti. Tutti. Wieso ist das ein cooler Name für eine Kuh? Ich mache nochmal eine Kiste, dass wir eine Doppelkiste haben. Was tuttet die Kuh? Guck mal. Wir sind fast jetzt hier bei dem nächsten Upgrade. Dann kriegen wir endlich mal wieder bessere Sachen. Oh mein Gott. Ja. Sehr gut. So, jetzt hier schön nochmal weiter abholen hier das Ding. Und 5, 4, 3, ey weg mit der Kuh, äh weg mit dem Schaf. 2, 1 und Upgrade. Und yo. Was kommt da jetzt immer raus? Was kriegen wir jetzt hier für Sachen? Wo kriegst du da die Sachen, ne? Ja. Sind die Sachen anders oder besser? Ne, Samen oder so. Das hatte ich aber guck ich vorher schon. Hä, was? Das ist doch voll uncool. Ja, ich würde sagen, wir werden im nächsten Part einfach weitermachen. Ja, hört sich gut an. Okay, optimal. Sehr gut. Let's go. Ey, ich kriege übertrieben viele Granitblöcke gerade. Und die müssen für irgendwas gut sein. Ich glaube fürs rüberbauen. Okay, pass auf. Jetzt machen wir ganz kurz jetzt hier schön. Na, meine Spitzhack ist kaputt gegangen. Pass auf. Ich baue schon mal in der Zeit, während du jetzt abbaust. Genau. Richtig viel Granitblöcke. Nochmal Eisen. Jetzt können wir eine machen. Und nochmal Eisen. Ja, okay, warte, dann komm. Und nochmal Eisen. Also jetzt kommt Eisen aber vollkommen. Oh mein Gott, noch mehr. Gerade wenn du weggehst. Ey. Und was ist das denn? Warte, ich packe jetzt ein Eisendück und Kupfer und so rein in die Truhe, ne? Nochmal Eisen. Warte mal, ich habe da schon ein Eis. Äh, oh mein Gott, nein. Okay, okay, ich packe gleich Eisen in den Ofen. Haben wir noch genug Holz? Ich habe noch ein Roheisen im Ofen. Alter, nur Eisen. Die ganze Zeit nur Eisen. Okay, sehr gut. Dann baue ich auf jeden Fall auch nicht ein. Ich mache schon mal den Weg hier vorne weiter. Hier für dich. Ein Stein. Zack. Oh, der Baum ist gewachsen. Ja. Sehr gut, davon rede ich doch. Sehr gut. Okay, warte mal. Ich mache mal ganz kurz erstmal hier. Und jetzt machen wir mal schön den Ofen an. Hälfte. Zack, da? Oh, das Menü links ist voll hilfreich, sehe ich gerade. Da kann man einfach drauf drücken. Musst du eigentlich selber craften. Ja, safe, safe, safe. Ich craft nämlich die ganze Zeit selber. Okay, jetzt hier schön erstmal. Oh, da war gerade wieder Roheisen. Ich baue erstmal jetzt schön Holz ab. Jetzt gibt es ja auf jeden Fall erstmal eine dicke Lade. Ja, wir kriegen gerade auch richtig viel Stein. Nein, ich glaube, wir kommen gleich zur nächsten Stufe. Diamanten. Oh mein Gott, das Eisen brennt gerade. Mach eine Eisenspitze. Ich mache eine Eisenspitze raus. Oha. Und damit schön Diamanten-Farm. Okay, einen habe ich schon. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und Gold. Gold haben wir jetzt auch. Wo können wir nochmal Gold für verwenden? Für die Goldäpfel natürlich. Ich habe einen Apfel. Gold kannst du mir direkt gehen. Warte mal, ich lasse es raus. Nicht raus, was machst du denn? Das brauchen wir das Fleisch. Wir hätten die Perlen können, wenn da ein anderes kommt noch. Aber haben wir Weizen? Haben wir gar nicht. Wir haben doch gar keinen Weizen. So, schön das Ganze. Oh nein, meine Axt ist gekommen und dann... Kannst du mir ein Holz geben? Unlock Stage 4. Wir sind bei Stufe 4 jetzt. Sehr gut, sehr gut. Lapis, Lazo, die ist er, glaube ich, ne? Ey, da kriegen wir... Oh mein Gott. Was sind das hier gerade für krasse Blöcke? Ich habe gerade einen krasen Blöcke. Wieso, was bekommst du da? Gold, Lapis, Lapis. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also Lapis ist richtig wichtig, glaube ich, ne? Für einen Schaden. Ich habe schon mal eine Brustpanzerplatte. Wir brauchen aber noch mehr Eisen. Wir müssen halt mehr... Wir brauchen Kohle eigentlich. Warum haben wir keine Kohle? Stimmt. Alles aber keine Kohle. Hätten wir uns Kohle gerne... Wir haben aber Holz. Wir können Holz fahren. Und Holz kann man auch als Kohle benutzen. Habe ich auch... Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Oh! Was ist? Oh, hier. Ein Schaf. Kiss. Ja, los. Dann können wir schlafen gehen. Und, und, Dingens. Sehr gut. Sehr, sehr wichtig. Das Fleisch ist auf jeden Fall wichtig. Noch eine Kiste und noch mal Kies. Alter, wie viel kommen denn jetzt hier, bitte schön? Hier kommen gerade extrem viele. Die Burg ist ja mal mega weit weg noch. Das ist ja locker noch 300 Blöcke oder so. Ey, jetzt ist die Kiste weg. Oh, noch eine Kiste. Ich glaube schon, ja. Doch, könnte sein. Müsste auch funktionieren. Hier schön Kies. Ey, ich kriege gerade extrem viele, äh, extrem viel Kies, ne? Sehr gut, ich fahre hier ganz entspannt meinen Weg weiter. Okay, jetzt kriegen wir gerade so krasse Blöcke. So, zack, zack. Nochmal. Ey, noch mehr Kies. Also, ich kriege so viel Kies gerade. Ja, wir müssen halt immer noch... Also, das ist ja noch gefühlt eine halbe Weltreise, um da hinten hinzukommen. Ja. Wir müssen irgendwie Silvesterraketen craften oder so. So, zack. Ah, ich kann die auch einfach abbauen. Das heißt, dann kommen die beide gleichzeitig raus. Ich hab jetzt einfach 18 Kisten am Start und 17 Kies, ne? Alter, nicht schlecht. Sehr gut. Da haben wir jetzt hier ein bisschen, äh, Power auf jeden Fall auf dem Boden. Ich guck mal, ob ich jetzt hier, äh, noch Granit jetzt hier, oder? Ich mach jetzt mal ein bisschen dickere Kisten, damit wir auf jeden Fall, zack, Platz haben. Ich hab auch einiges an Erde gefarmt jetzt, so. An Erde? Ja, ich hab einiges an Erde gefarmt. Guck mal, der Baum ist auch mega groß, ne? Du, der ist echt gut, ne? Aber dann, wenn du gut Erde hast, dann, äh, dann geh da hinten mal weiter und baum mal weiter. Ich mach jetzt mal die Blöcke nochmal weiter. Vielleicht kommen wir direkt schon zur nächsten State. Weil ich hab jetzt gerade, ey, wieder ganz viel Kies, ne? Was glaubst du, was da noch für Materialien rauskommt? Vielleicht ja irgendwann einfach mehr alles in dir Ausrüstung oder so. Das wär auch richtig schön. Könnte auch sein, ne? Aber vielleicht reicht ja auch einfach Eisen. Also wir brauchen ein bisschen mehr Eisen. Ja, Eisen. Also zumindest, dass wir beide ein Eisenschwert haben, weil gegen den Enderdragon will ich nicht einfach so kämpfen. Ich hab jetzt schon wieder 27 Kies, Alter. Ich hab so viel Kies jetzt. Also 44 schon insgesamt. Und ich kann jetzt nochmal, ich hab auch 43 Kisten, ne? Oh, Stage 5 unlocked, Kasper. Jetzt haben wir schon Stage 5. Sehr gut, sehr gut. Ich bin ja schon mega nah an der Burg dran. Ich glaube, ich muss jetzt einmal ganz kurz mit dem Eisen, ähm, weil jetzt sind ja gerade ganz so viele Blätter, die ich gerade abgebaut habe. Aber ich glaube, die müssen die Blätter abbauen. Also ich mach jetzt mal ganz kurz hier eine Schere. Eine. Ja, sehr schön. Also du könntest langsam mal schon mal so ein bisschen krasse Ausrüstung craften, weil die Base ist auf jeden Fall in ganz naher Zukunft hier. Ehrlich? Sagen wir so noch ein halbes Stack oder so, dann können wir da schon rauchen. Oha, sehr gut. Okay, warte, ich mach jetzt hier erstmal schön die ganzen Blätter. Also mach uns irgendwie Eisen-Sachen und dann können wir da mal gucken, was da überhaupt Ich crafte gerade extrem viele Blätter, ne? Bar, bar, bar mit der Schere. Ich geh da richtig durch. Wofür brauchen wir die? Kannst du, achso, Vollgas. Ich glaube einfach, um dann noch rüber zu gehen oder so. Boah, es wird knapp. Das wird knapp, glaube ich. Wieso, es wird knapp. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Blöcke von dir. Ich habe nur 30 Blöcke jetzt. Ah, ich habe extrem viele Dingens, ne? Ich habe jetzt schon 49 Tropenbaumblätter. Uh, sehr gut. Genau das können wir... Okay, wir können rauf. Wir können, glaube ich, rauf. Ehrlich? Ja, du kannst rüberkommen, aber komm nicht ohne Eisenschwerte. Wir brauchen auf jeden Fall einen Eisenschwerte. So, alles. Erstmal jetzt hier wieder reinmachen in die Kiste. Boah. Ich würde sagen, ich fahre mir jetzt erstmal hier ein bisschen weiter. Und hol mal Equip für uns. Ja, ja, Equip und sowas. Meine Ewigkeit später. Jibbi, ich habe jetzt endlich... Alter, das hat so lange gedauert, ne? Alter, da bist du ja endlich so gut. Ich habe jetzt auch endlich meine... Cool Iron-Ausrüstung. Hast du mir was mitgebracht? Fahnausrüstung? Nee, ich habe mir nur eine... Wie? Ja, komm, warte. Ich gebe dir... Du kriegst die Hose, okay? Du kriegst die Hose. Na gut. Dann haben wir es aufgeteilt. So, dann müsst ihr jetzt hier noch den Rest rüber. Da sind auch Tiere und sowas, ne? Ja, ich sehe das schon. Ich bin echt gespannt, was da drüben sein wird. Ey, das muss, glaube ich, richtig heftig sein, ne? So, schön rüber. Es muss heftig sein. Und glaubst du, da ist auch direkt dieses Portal, dass wir da rein können? Also, es stand aber am Anfang, dass da direkt das Portal sein wird, ne? So, Alter, das hat gerade so lange gedauert, ne? Ich habe hinten so die ganze Zeit abgefarmt. Alter, okay, endlich. Und jetzt hier, komm. Ich brauche ein Schwert oder sowas. Die Kuh, runter mit der. Alter, okay, okay. Oh Gott, fall nicht runter, fall nicht runter. Aber ich glaube, Brom essen brauchen wir gerade gar nicht, ne? So, okay, dann müssen wir in die Base oder so reingehen, ne? Alter, wie schnell bin ich bitte unter Wasser? Loll? Ich war ja mega schnell geschwommen gerade. Das spreche ich auch, weil man so schwimmen kann nach oben, ne? Da ist ein Lama. Ich sehe es, Katz. Mit einem Villager. Oha. Das will ich haben. Hä, und hier sind auch sogar Öfen. Ist da was drin? Hallo, ich möchte gerne, ihr will... Ey, hier sind drei Diamanten in der Kiste drin. Ey, kippa, kippa, lass mir mal ein Diamantschwert machen. Ja, okay, warte, das ist bestimmt irgendwann ein Ding ans. Das ist Ende-Portal. Warte mal. Hier war das Ende-Portal links. Ey, das sieht voll groß aus hier, ne? Das ist mega groß. Was gibt es hier noch für Geheimräume? Ich bin echt gespannt, was man hier noch entdecken kann. Ich gucke auch gerade. Also, das sieht auf jeden Fall echt krass aus. Aber irgendwo muss hier eine Crafting... Da ist eine Crafting-Band. Hier ist noch eine Kiste. Was ist drin? Eine Ender-Perle. Was? Loil. Okay, das ist natürlich krass. Aber, äh... Das ist sehr stark. Lass mal zum Portal gehen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir genug Auslösung für haben, ne? Ja. Wir haben gerade noch nicht wirklich viel Auslösung. Hier sind noch Kisten. Also, ich sag mal so, ohne Schwert kann ich gegen den auf jeden Fall nicht kämpfen. Naja, ich weiß, ich weiß. Also, ich gucke gerade hier. Achso, hier ist doch was, oder was? Hier ist nichts drin. Hier sind die Öfen drinne? Hier sind die Öfenste. Oh, mein Gott! Was ist das denn? Hä? Alter! Alles! Okay, ich nur noch... Was ist das für eine kranke Ausrüstung, gell? Okay, das ist... Okay, einfach mal full... Wir haben einfach mal full Dia gerade bekommen. Das ist echt krass. Trank der Stärke auch noch, ne? Ja, so. Trank der Heilung. Ey, ich kann ja gar nichts mehr mitnehmen hier. Wie viel hast du jetzt? Zwei Goldäpfel, Alter. Du hast mir einen geklaut hier. Ja, du hast doch... Ich hab auch zwei, ich hab auch zwei. Achso, ich dachte... Ey, warte, man kann nicht ja die Eisenrüstung wegmachen, Alter. Das brauche ich dir ja gar nicht. Aber denk dran, dass wir, wenn wir da rein wollen, dass wir da auch ein bisschen ein paar Materialien mitnehmen, ne? Ja, ich weiß auch gleich. Und wofür sind die Betten nochmal? Wofür brauchen wir das denn nochmal? Boah, das sieht so krass aus, na? Äh, die Betten? Du kannst ja mit den Dings zerstören. Den Enderdrachen, oder? Ja. Hä, Leute, wie soll das denn gehen? Dann brauche ich dir, Mann, auch nicht. Der Bogen jetzt hier. Ey, so viele super Tränke auch, ne? Sehr stark. Ey, die Tränke sind krass, tankt der Stärke. Ich hab nur drei Tränke hast du, wie viel hast du denn? Ich habe drei Tränke der Heilung. Ich glaub, ich geb dir mal einen, ne? Ich hab jeweils zwei. So, okay, ich hab jetzt, glaub ich, alles, alles ready. Ja. Bist du ready, wenn wir jetzt hier... Warte, ja, okay, 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 ich bin bereit, ich bin bereit. Es ist offen, okay. Weißt du, was das Problem ist? Wenn wir jetzt da drin spawnen sollten, kann es sein, dass wir runterfallen und sterben, ne? Niemals! Wuhu! Runter! Wuhu! Oh mein Gott! Milch angucken! Nicht hingucken! Nicht hingucken! Wo ist die Enderdrache, hä? Da hinten ist ein Brunnen, da hinten ist ein Brunnen, siehst du? Das ist das Enderportal, da hinten noch nicht. Ey, warte mal, müssen wir jetzt hier weitermachen? Oh mein Gott! Oh, der Enderrache ist gesporned. Wo ist die Enderrache? Oh mein Gott, Hilfe! Mach dir... Oh mein Gott! Leg das Back weg! Bogen, 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 Bogen! Ey, das Backstück gibt gar nicht! Krieg die Stärke, krieg die Stärke! Okay, warte, Stärke, ich trinke die Stärke! Wo ist der, wo ist der? Äh, irgendwo oben. Au! 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 Au, okay! Bau was, bau was, bau was, bau was! Mach die Enderdrachen weg, mach die Enderdrachen weg. Oh mein Gott! Hau die K.O., hau die K.O., hau die K.O. Hilfe! Hau die K.O. Du musst einen Pilz bauen, du musst so einen Pilz bauen! Warte mal, ich bin gleich tot! Ich helf dir, ich helf dir! Warte, ich mach die Musik! Au! Du hast mich gekillt! Endlich bist du wieder da! Du musst den anderen nach uns hin! Der ist hier irgendwo unten nach oben fliegen, glaube ich. Irgendwo fliegt der auf jeden Fall rum. Da kommt der, da kommt der! Der kommt, der kommt, der ist zwölf Uhr! Ja! Weiter, 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 weiter! Mit Schwert auch drauf, ne? Mit Schwert auch drauf, ne? Der kann sich, glaube ich, kein Leben geben. Hast du Stärke getrunken schon? Ja, hab ich, hab ich. Ich trinke hier auch nochmal. Meiner ist gleich weg, glaube ich. Er kommt immer zwölf Uhr von diesem Brunnen da hinten. Siehst du den? Du hast doch trank der Heilung, aber hast du nicht getrunken? Er kommt, er kommt, er kommt! Oh Gott, kommt noch! Au! Ja, sehr gut! Und nochmal mit Bogen! Ey! Oh Gott! Oh, sorry, sorry, das war knapp. Das war knapp gerade. Ich glaube, er kommt wieder! Okay, warte, ich trinke Trank der Stärke schnell. 1.30 Uhr. Er kommt, er kommt, er kommt! Mit Bogen, mit Bogen, mit Bogen! Oh, mit Schwert, mit Schwert! Mit Schwert! Nein! Was machst du denn? Was hab ich denn? Ich hab nicht... Du hast mich runtergehauen oder so! Aber ich bin... Schon wieder! Da, los! Schieß auf ihn! Feuer, ja! Dir, Schwert, 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 Schwert! Wichtig, wichtig, wichtig! Sehr, sehr, sehr gut, sehr, sehr gut! So, komm schon, letzte Runde! Da ist er! Los! Oh, jetzt ist er wieder weg! Ich seh' nicht! Er ist jetzt... Er hat so lange jetzt hier gebraucht, ne? Er hat Angst, Kastner, er hat Angst! Ja, es hat so lange gedauert! Ich esse jetzt auf jeden Fall mal den Goldapfel, weil... ... noch mal will ich nicht, dass ich runtergeschlossen werde hier! So, und jetzt geh' ich hier vorne hin! Da ist er! Da ist er! Komm schon, mit Bogen! Oh, was? Als wenn er jetzt da hinten liegt, als er bleibt! Wau weiter, wau weiter zum Portal da hinten! Ne, ne, ich glaub' wenn er jetzt gleich kommt, dann haut er uns weg! Da muss er noch einmal zu uns hinkommen! Da soll sich mal trauen! Und ein Endermans sind zurück auf der Plattform! Oh, und jetzt noch ein... Ach du Gott! Alter, war das laut gerade? Alter, was wollte der denn? Der will... Wir sind so kurz davor! Ist der da in der Mitte oder so? Ich weiß es nicht... Oh nein! Was machst du denn? Sorry! Ich hab über dich... Hä? Du hast ihn getroffen! Ey, jetzt hab ich das verpasst, Alter! Weil du mich runtergeschubst hast! Aus Versehen, das tut mir leid! Ohne Spaß, ich musste voll lange hinlaufen! Aber, guck mal, da vorne ist das Portal! Ja, ich hätte gerne gesehen, wie der drauf geht! Ja, der ist ein bisschen... Du kennst das doch! Du hast doch schon tausend Mal Minecraft gespielt! Sehr gut! Ja, schön weiterbauen! Als kleine Entschuldigung bekommst du hier meine Tränke schon mal hier kommen! Ja, was soll denn die Tränke? Wir haben die jetzt... Ja, was? Als kleine Entschuldigung hier! Nimm doch! Und rein da! Woohoo! Yeah! Wir haben Minecraft durchgespielt mit nur einem Block! Hahaha! Juhu! Das war es auf jeden Fall gewesen, meine Freunde! Wenn ihr von der Messe möchtet, checkt, kommentiert dieses Videos! Einfach raufklicken und dann kommt ihr zu dem Video! Ähm, auch da rein! Bis morgen! Ciao, ciao!